Uschi, guck mal, da spielt die Uschi mit. Ich tu die Luft. Uschi! Ach schade, das Profil ist privat. Ja, sehe ich auch gerade. Ein Moderation. Ja, okay, kann ich? Ja. Gut, dann 3, 2, 1. Hallechen ihr Lieben und herzlich willkommen zu den Pretty Little Players. Immer noch ohne mein heiß geliebtes Löffelchen, aber dafür mit Uschi. Ja, Uschi, Mensch. Die Uschi. Es gibt nichts, was sich auf Uschi reimt. Doch, gibt es. Nein, nein. Uschi gibt's, aber das ist eigentlich... Uschi. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und, aber das sage ich nicht. Das böse F-Wort. Uschi? Uschi? Nein, Fotze wollte ich sagen. Aber Fotze reimt sich nicht auf Uschi. Nee. Aber es beschreibt was Ähnliches. Ja, aber es gibt doch auch Katzen, die so heißen. Du musst es ja wissen. Wer nennt seine Katze Muschi? Verstehe ich nicht. Hast du, ich dachte, du meinst, es gibt Katzenbesitzer, die nennen ihre Katze Fotze. Ich hoffe doch nicht. Ey, Fotze, komm mal her. Oh Gott, die Arme. Und es steht immer vor, du hast einen Hund, der heißt so. Ja, Fotze, komm her. Und dann rufst du sie im Park ganz laut. Und es sind haufenweise Familien mit kleinen Kindern. Und du stehst da und brüllst, Fotze, komm her. Oh Gott. Oh, ich hasse diese Mad. Ja, also wissen wir Bescheid, Winnie stirbt instant. Schaurige Speisekammer, Mensch. Der Keller ist im Kleinhaus. Und ich bin das Opfer der Begierde. Und das finde ich echt beschimpft. Echt? Das sehe ich gar nicht. Bei mir auch. Oh, ich habe gleich schon Vorwarnung. Geil. Weil ich es nur sehe, weil ich das Opfer der Begierde bin. Achso, Opfer. Oh, und es ist Freddy. Und. Nein. Warum kann es nicht das Schwein sein? Warum kann es nicht jeder andere Killer sein? Oh, ich hasse Freddy. Ich verbarrikadiere mich im Keller, ihr macht das schon. Ja, das ist eine super Idee, ne? Ja, finde ich auch. Oh, und ich habe wieder Lags. Echt? Bei mir geht es zum Glück. Bei mir auch gerade noch. Ich gehe mal zu dem Generator am kleinen Haus, ne? Ist auch eine super Idee, bestimmt. Am kleinen Haus, da bin ich. Wo ist denn hier ein Generator? Ähm, in Richtung Sumpf. Ah, ich höre es. Ja. Ich höre es irgendwo. Ah, hier. Wo ist er? Wo ist Walter? Scheiße, Vorwarnung. Nein. Nein. Oh, da bin ich noch rechtzeitig geflüchtet? Sieh mich nicht. Scheiße, nein. Oh, das war aber auch ein dummes Versteck. Also, Mensch, Möhrchen, fick dich, ich hasse dich, Freddy. Ich hoffe, du erstickst im Schlaf. Und hast danach einen ganzen... Ich hoffe, der sucht sich dann selbst in seinen Albträumen heim. Ja. Und tötet sich selber. Ja. Oh. Scheiße. Aber da bist du. Ja, die Uschi. Deshalb bin ich in die andere Richtung gegangen. Und, ähm... Hier müssen wir halt jetzt echt die Generatoren schnell durchknallen. Ich bleib jetzt mal hier an meinem... Wo ist denn der Freddy? Ähm, der rennt gerade der anderen hinterher. Kann mich vielleicht jemand hochhealen? Äh? Winnie, bist du in der Nähe? Ja, so bist du... Ja, okay, du hast dich gerade hochgeleckt. Das müsstest du sein, ja. Ja. Warte, ich komme mal dir hin entgegen. Oh, nein. Bleib einfach, wo du bist, sonst, äh... Oh, sorry. Leck ich mich sonst über den... Okay. Wow, und die kommt jetzt natürlich in der Land, glaube ich, oder? Aber ich habe einen genauer Ort, fertig. Eigentlich wollte ich aufwecken. Ich bin schon wach. Ach so. Ja, der kommt her. Ich bin hier... Ich bin hier... Nee, 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 der hängt erst mal hier auf. Ich bin hier in der Nähe. Okay. Ja, wir sind hier auch sehr in der Nähe. Fuck, schon wieder. Hier geht's doch... War hier nicht so eine gute Ecke hier? Wo geht's denn hier rein, verdammte Scheiße? Hä, warum hat der mich denn jetzt... Oh, fuck. So, ich hoffe, die kommt jetzt hier direkt mit an den Generator. Scheiße, aber ich bin direkt über dir. Ja, Scheiße, der sieht mich doch jetzt wahrscheinlich, ne? Nee. Nee, die andere sind ja in der Erachtung. Aber vielleicht kommt er hier nicht mehr raus. Darauf hoffe ich nämlich gerade so. Nein, ich glaube, er kennt den Weg. Oder? Was ist er denn? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Los, Winnie, gib alles. Ja, ich brauche einen Skillcheck, ich brauche einen Skillcheck. Scheiße. Entschuldigung. Nix. Fuck. Nein. Oh, kackdreck. Nein, lass mich, du Sackgesicht. Mit deinen scheiß Scheren hinten. Schnippel dir das Gesicht weg. Wie wir alle, ich brauche einen Skillcheck sagen. Nein, da ist auch noch ein Haken. Oh, Gott. Ich bin hier in der Nähe, keine Sorge. Der wird jetzt bestimmt erstmal Jagd auf Fini machen. Ja. Aber er kämmt auf jeden Fall nicht, dass das geht. Ah, und er hat mir schon wieder ein dummes Sauer. Lass dich heilen. Ja. Ich hasse Freddy. Ist oben hier in dem Haus, da ist ein Generator, oder? Ja, da ist einer, da saß ich auch dran. Den hat er, glaube ich, auch nicht mehr geschafft, kaputt zu machen. Meine ich. Okay, dann lass da sofort hingehen. Oder lieber nicht, weil Freddy hier irgendwo rumläuft, oder? Oder? Verfolgt er dich noch, Winnie? Ja. Scheiße. Ja, und dadurch, dass ich so lagge, weil... Weiß ich halt auch einfach nicht, wo er ist. Das ist scheiße, ja. Ist da jemand in der Nähe? Ja, ich bin da in der Nähe. Oh Gott, ja. Gut. Ich bin hier auch fertig. Ihr seid irgendwie alle hier. Okay. Entschuldig. Ja Gott, dann bleib ich am Generator. Ja. Lass uns mal hier so ein bisschen kurz... Also... Oh, der kommt wieder. Shit. Okay. Der Generator oben auf dem großen Haus, der ist halt echt gemein. Ja. Okay. Das ist ein ganz gemeiner Spot irgendwie. Oh, den macht der hier gerade kaputt. Ich stehe im Schrank und hab Angst. Oh. Gibt's hier noch einen irgendwo, der noch nicht an ist? Muss ja. Außerdem... Nein! Der hat in den Schrank geguckt. Warum? Scheiße. Jetzt häng ich auch. Gibt's vielleicht hier hinter noch einen Generator? Hinter dem kleinen Haus? Ja. Hier ist noch einer. Winnie. Ich komme. Scheiße. Oder versuch mal erst mal Sani zu holen, wenn... Ja. Ja, ganz hinten sitzt jemand am Generator. Das ist wahrscheinlich die Uschi. Nee, das bin ich. Okay. Ja, die Uschi kommt in meine Richtung auch. Winnie ist hinter mir, aber ich hab immer noch Gesang. Okay, dann mach ich hier mal gemütlich den... Immer noch Gesang? Ja. Na toll. Ich hör nicht. Na, jetzt ist er weg. Ja, jetzt ist er hier bei dem Generator. Der hat garantiert Barbecue und Chili. Sollen wir dann oben den Generator fertig machen? Ja. Ja, mach den fertig. Der ist gerade ganz auf der anderen Seite der Map. Scheiße, Alter. Wie hat denn der mich jetzt gesehen, der Sack? Fuck. Okay, dann los. Der war schon relativ weit. Er hat ihn halt kaputt gemacht, aber... Ja. Ah, die Mech sitzt auch schon hier. So, wollen wir doch mal sehen, dass wir doch gelacht haben. Alter, das gibt's doch nicht. Der Sack, der rennt einfach in seine Richtung da und ich auch. Bist du jetzt tot? Nee, ich musste noch nicht strugglen. Ich hing ja nur einmal. Bis jetzt. Aber jetzt müsste ich dann... Also wahrscheinlich, wenn er Barbecue und Chili hat, erstmal in Bewegung bleiben. Ich geh mal hier in welche Richtung? Ja. In Bewegung bleiben ist gut. So, wo ist jetzt der letzte Generator? Ich kann mich selbst heilen. Okay, dann geh ich mal zu deinem... Wo warst du beim Generator? Hinter dem Keller. Hinter dem kleinen Haus. Oh nein! Freddy ist hier auch irgendwo in der Nähe. Aber sowas von war der gerade hier. Mann, ich kann halt diesen Gesang absolut nicht orten. Nee, ich auch nicht. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, dafür ist er auch nicht gemacht. Ja, weil irgendjemand hatte mal im Afterchat gesagt, ja, den kann man orten und ich dachte mir nur so, okay. Ja, ich bin bei deinem Generator im Märchen. Okay, ich mach mich da jetzt auch mal auf den Weg hin oder kommt der da hin grad? Ja. Gut. Jetzt haben wir hier bestimmt das Glück, dass hier noch... Wow! So, so zwei Generatoren. Ja, genau nebeneinander. Wow, wir sind die größten Lappen vom Dienst. Ja, fick dich, Junge. Oh, sorry, aber ich kotze im Kreis bei diesem blöden... Ich bin Freddy. Ja. Äh, ich bin gerade mit Uschi dran. Unsere ist jetzt zur Hälfte fertig. Wenn du es irgendwie nicht... Irgendwie schaffst. Ich sitze auch noch dran mit. Ja, ich hatte es gilt checkt. Komm, das schaffen wir. Dort schaffen wir... Wo sind die Ausgänge? Mann, ich raste aus. Wo ist der zweite? Achso, da. Okay, da direkt. Hinten zu dem. Nein! Oh mein Gott. Da war mal hinter mir. Warum? Ja, das ist komisch, ne? Ich habe das Gefühl, der... Hing ich schon? Ja, ich hing schon. Einmal hier. Oh, die Ausgänge sind halt auch einfach echt sonst da wo. Wo bringt er dich denn hin? An Arsch der Welt. Ich hätte es fast geschafft, mich frei zu weggeln. Scheiße. Ach, scheiße. Okay, du bist echt weit weg. Also, ich glaube, Möhrchen, ihr seid etwas näher dran als ich. Ja. Irgendjemand schleicht gerade in meine Richtung. Ich weiß nicht, wer es ist. Dann ist es wohl Uschi. Oder Möhrchen? Aber das ist halt echt... Oh, er hat Uschi wieder. Ich glaube, wir rennen in seine Richtung. Oh, scheiße. Warte, ich heil dich mal erstmal. Ja, mach das. Oh nein, hat er die jetzt echt im Ausgang noch erwischt? Wie bitter. Hä? Hat er die aber... Hat er die schon vorher geschlagen? Oder hat er die mit einem Hit jetzt? Äh... Weiß ich nicht. Wo ist die denn? Hier, hoher. Oh, fuck. Ich bin auch da. Wollte jetzt einfach so. Lauf! Auf, Schlampe! Los! Ich versuche sie mal zu decken, ja? Ja, ich auch. Nein! Hör mal um! Hä, wo war der denn? Vielleicht können wir den noch irgendwie aufhalten oder so. Hä, der kann einfach durch uns durchlaufen. Ich glaube, die ist jetzt tot. Ich glaube, die ist Matsch, oder? Ich glaube, ja. Ich dachte, ich kann den... Ich kann den blocken, wenn ich hinter ihr laufe. Die ist hin. Aber es tut mir so leid, Uschi. Das ist ja echt krass. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ich hatte mich ja da auch so irgendwie hingestellt. Ja, ich dachte halt, dass wir die beschützen können, so von hinten. Ja, das hätte ich jetzt auch gehofft. Und dass der halt nicht durch uns durch kann. Das ist ja mies. Boah, was ein Mist. Das ist krasse Sache. Aber ich habe zum ersten Mal seit Ewigkeiten auf dieser Map überlebt. Und das auch noch gegen Freddy. Best Blood Waden. Blood Waden, ups. Blut Wachen. Ah ja, weil wir versucht haben, sie zu... Warum durfte ich nicht raus? Ah, es gibt diesen Perk von Freddy. Der verhindert sich, dass ich sie raus kann. Ach Gott, sind es alles Deutsche hier. Ja. Aber es ist ja fies. 60 Sekunden lang. Richtig mega mies. Ganz witzig, muss ich sagen. Ja, geht so. Was für ein Scheiß. Ja krass, schreibe ich einfach mal. Ja. Wenn dir nichts mehr einfällt. Alter, was ist das? Mega witzig. Ja, Mensch. Ha, ich lache mich tot. Den Rang? Wieso den Rang? Ach so, sie hatte wahrscheinlich nicht genug Punkte in allen Kategorien. Hm, gemein. Ja, okay. Schade. Und das hat sie nur für die Daily gemacht. Mein Glück. Das ist ja fies. Aber der Manu-Dings ist trotzdem irgendwie cool drauf. Also es ist wenigstens kein Camper. Ja. Warte, das schreibe ich mal kurz. Ja. Also die Dead by Daylight Community ist, es gibt noch ein paar Leute, die cool sind. Ein paar. Es ist noch nicht verloren. Ja. So, dann. Hängen wir noch ein Dings dran. Ja, ich habe ja keinen Hund, aber. Ich schon. Ja, stimmt. Der lässt sich dann auf meinen Schoß und dann kann ich den einfach nicht von mir runterwerfen und dann mache ich halt ein Let's Play draus. Ja, das ist dann mal bestimmt gar nicht schlecht. Das ist doch bestimmt ein Zuschauermagnet, oder? Der Jerry. Ja. Es hatte schon, also für meine Verhältnisse hatte es gute Klicks, aber... Nein, das ist der Doktor. Oh, ich hasse den Doktor. Hä? Halt da die Fresse näher. Keller ist im kleinen Haus. Oh, wieso kriegen wir heute... Oh, fuck, der ist schon gleich hier. Scheiße, der ist schon gleich im Keller. Oh, Ternatophore hat der auch noch. Oh. Nein, geh weg. Nein, nein, er läuft. Geh weg, Junge. Wo ist denn hier jetzt ein Generator? Ich glaube, ich bin wieder in Tausenden vorbeigereitet. Nein, die kostet der heute noch aus hier. Also so wirklich so richtig. Nein, geh weg von hier. Ich finde mal wieder keinen Generator. Super. Ich hasse das Spiel. Heute ist das halt wieder so richtig, Ed. Wann war es denn mal so richtig gut? Wenn man nicht den Doktor hat. Aber... Oh, der hat auch 100 pro Nurse Calling, liebe Leute. Oh, shit. Alter, warum hängt denn der mir so am Arsch? Piss dich, Junge. Scheiße, ja, brüll doch gerade noch lauter. Entschuldige. Kein Problem. Was hat denn der für einen krassen Schockradius? Die schreien ja alle hier. Das ist schon ein bisschen extrem. Ist er gerade wieder weg, weil dann gehe ich auch mal hier zu dem Generator im Haus. Ja, da bin ich auch gerade. Ja. Ist jetzt auch gerade an einem dran. Ähm, wer ist eigentlich? Marzius13. Hoffentlich ist der nicht 13. Weil das Spiel ist ab 18. Ist aber 18 oder ab 16? Ab 18. Ab 18. Ab 18. Ja, okay, stimmt. Ist du da in der Nähe, Vini? Oh, das hat mir, jetzt hat mir mein Pack zum ersten Mal richtig den Arsch gerettet. Der kommt zu uns, der kommt zu uns. Alter Scheiße, ey. Immer diese Schreie. Dann hat er hundertprozentig, dann hat er nämlich hundertprozentig auch Barbecue und Chili, ne? Ja. Ja, hab ich auch schon gedacht. Ja, jetzt geht er zurück dahin. Okay, ich geh wieder ins Haus. Ja, ich auch. Äh, hier geht's nicht ins Haus. Ach, und er hat sie schon wieder. Hallo, geht's hier aber irgendwo? Alter, wie viele Heu-Bahn sind das denn? Alter, was hat denn den Wix-Perks? Hm. Ja, toll, dann kommt er jetzt ja gleich wieder hierher und macht den Scheiß kaputt. Hundertprozentig. Ja. I'm a hobby, Lois, Doktor. Hm. Na, jetzt geht er wieder zurück zu ihr? Na, toll. Oh, das war, glaube ich, nicht gut. Nee. Okay. Irgendjemand könnte... Ja, ich mach mich auf den Weg. Ich mach mich auch auf den Weg. Nein, und er ist schon wieder da. Er ist schon wieder da, die dumme Sauer. Echt? Ja. Denn, äh, wenn er hinter mir her ist... Ja, er ist hinter mir her. Okay, ja, ja, ja. Er geht zurück. Oh Gott, bewegt dich doch. Wow, Doktor spielen und dann campen, ey. Doktor spiele, höhöh. Sorry. Vielleicht rennt er ja mir hinterher, weil ich bin auch eine Claudette. Rennt er mir hinterher? Ich kann da nicht gucken. Irgendjemand hat da gerade beim Hallen verkackt. Ich? Das klang wie eine Nähe. Er rennt mir nicht hinterher. Scheiße. Ja, weil er wieder zu dem Generator ja herkommt, ey. Echt? Alter. Joko, kein Herzschlag hier. Hä, ich schon. Ich auch. Das könnte aber auch unser Wahnsinn sein. Mini, wo bist du? Ich heile mich gerade. Ach so, okay. Weil sonst hätte ich dich geheilt. Wie sieht's mit dem Generator hier aus? Fast fertig. Der ist fast fertig. Okay. Wenigstens einen haben wir schon mal. Ja. Wo ist denn die Amazius? Keine Ahnung. So. Im Maisfeld ist einer. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Oh, hier ist eine Kiste, die loot ich mal schnell. Ja, ja, mach ruhig. Ich weiß gerade nicht, wo ich bist. Ich habe Herzschlag. Habt ihr auch Herzschlag? Nö. Ja. Boah, weil wir einfach wahnsinnig sind, Mini. Deshalb. Hier ist eine Werkzeugkiste. So, kannst du dich beruhigen? Habe ich schon. Ach so. Kann ich dich beruhigen nochmal? Nee. Nee, er ist tatsächlich hier. Echt? Das finde ich beruhig. Lieb zum großen Haus. Jetzt habe ich auch Herzschlag, ja. Der kommt her. Garantiert. Ich gehe mal direkt an den nächsten Generator. Und der war überladen. Ja, unser ist es jetzt auch. Oh, scheiße. Was heißt denn überladen? Du musst einen sehr schweren Skillcheck machen. Ach so, dass der Skillcheck so hin und her fliegt, ne? Oh, jetzt bin ich auch für... Und winzig kleines. Beides. Okay, ja, das ist fies. Oh, ficken. Nein, scheiße. Der hat mich gesehen, der Ficker. So ein Penner. Wow, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Er läuft ja aber nicht hinterher. Glaube ich. Na, doch. Doch, tut er. So, ich setze mich jetzt hier auch mal an den Generator. Alter, scheiße. Okay, ich versuche Märchen zu retten. Der macht erst näher... Ich bin direkt da. Okay, gut, dann bleibe ich am Generator. Ja, der sucht erst mal noch jemand anderen, glaube ich. Den am Generator, ja. Lass mich. Geh weg. Geh weg, du hässliche Mistkrücke. Geh. Oh, näher. Halt doch weg. Dummes Maul. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Okay. Oh Gott. Jetzt sollten wir aufhören. Ähm, lass mich. Entschuldigung. Sorry, kein Problem. Oh fuck. Alter. Ich sehe ihn halt nicht. Hör doch auf zu schreien, du Sackgesicht. Jetzt fange ich auch noch an hier mit dem ganz schlimmen Fluchen, ey. Im Vergleich zu mir ist das doch gar nix. Alter. Ich habe Herzschlag, ich weiß nicht, ob er kommt. Ja, tut er, oh mein Gott. Wer ist hinter mir her? Shit. Okay, soll ich da zum Generator gehen? So, ich mache mich auch mal auf den Weg. Er geht so weg. Er hat mich, er hat mich. Fuck. Ist der, ist der irgendwie am Fahren? Kann das sein? So ein bisschen. Nee, nee, der will die Generatoren möglichst schwer machen, glaube ich. Heilst du dich gerade wie nie? Ja. Ich habe halt noch keinen einzigen von diesen kleinen Skillchecks getroffen. Soll ich dich heilen? Ich bin direkt hinter dir. Ich habe einen getroffen. Ja. Der kommt schon wieder hierher. Okay. Achso, oh, der ist ja auch verletzt. Stimmt ja. Halt doch deinen Maul näher, mein Gott. Okay. Ist der unterwegs hierher? Mit Sunny im Stepptau, glaube ich. Mäh. Du Hoh. Renn kennender Mensch. Oh, fuck. Hä? Da, fuck, die Palette. Hä? Ich hatte gerade so eine Illusion, dass es da noch eine Palette gibt und dann war die auf einmal zerstört. Ja, das gibt es öfter. Nicht schreien, Mädel, nicht schreien. Fuck, wo ist der Sack? Fuck, wie hat der mich denn da gesehen? Hä? Der kann mich doch gar nicht gesehen haben. Ja, wow, die stellt sich jetzt in den Schrank. Geil, danke für deine Hilfe. Der Herr, ich hab ihn am Arsch. Komm schon, komm schon, komm schon, mach hinne, mach hinne. Über die Palette. Hallo? Alter. Was ist das denn? Ich bin gerade sehr, sehr still, weil ich einfach so angespannt bin. Ja, ich auch, Mann. Mega. Ich glaub nicht, dass wir dieses Match überleben. Der hätte mich auch einfach das erste Mal direkt schon schlagen können. Dann hat er mich einfach stattdessen zehnmal geschockt. Was ist denn das für eine? So. Natürlich sieht er mich, ist klar, mein Gott. Bitte weg von mir, bitte weg von mir. Ich hab hier gerade fast einen Generator fertig. Alter, ich raste gleich an. Ach, scheiße. Ich geh mal versuchen, ein Möchen zu holen. Ja. Oder muss ich mich erst beruhigen, oder kann ich dich heilen? Er kommt aber wieder her. Ich muss mich erst mal beruhigen. Ich glaub, vorher kann ich dich nicht heilen. Er kommt zurück zu euch, würde ich sagen. Ja. Ich geh zurück an meinen Generator. Ich geh mal aufheben. Ah, nein. Ich geh mal nicht zurück an meinen Generator. Boah, ey, wie krass. So, lass dich hier an den Generator gehen. Ja. Er verpisst sich wieder von mir. Oh, ich hab... Oh, Alter, ich könnte kotzen, dieser Wix-Perk. Also, das macht mich gerade so aggro. Ja. Kann ich gar nicht in Worte fassen. Also, das macht mich nicht in Worte fassen. Vor allem gefühlt, an jedem Scheiß-Generator, an den ich gehe, da kommt der gerade hin. Ja. Alter. Kannst du mal aufhören zu schreien, du blöde Kuh? Mann. Ist ja nicht mehr normal. Ja. Boah, die Folge hat einfach so hart Überlänge. Ja, krass, ne? Ich glaube, ich werde einfach die Lobbys und so rausschneiden. Und den Ladeskuhl. Okay, mein Park hat mir wiedergeholfen. Technikerin? Ja. Ja, das ist echt gut, ne? Oh, damit ist die jetzt halt tot. Scheiße. Wieder geholfen? Gott sei Dank. Ich glaube, wir sollten hier gleich weg von dem Generator, der kommt 100 pro her. Oh, der ist auch noch Besessenheit gewesen. Scheiße. Aber ich habe ein Toolkit genommen mit, was der Kiste da schickt. Nein! Ich habe doch Space gedrückt. Mhm. Nein! So. Verpiss dich, Alter. Alter, nee. Oh Gott, entschuldige, du bist wieder da. Nee, Quatsch. Den hätte ich, das war nur der ganz kleine Skillcheck. Den hätte ich niemals geschafft. Fuck, ich sollte hier weg. Hier ist der kleine, hier ist der Keller. Der kleine Keller. Ja, der geht erst mal wieder den Wichs-Generator kaputt machen. Ich könnte kotzen. Boah, geht der mir auf den Sack, das kann ich gar nicht. Der ist echt nervig, der Typ. So ein bisschen... Ja, ist klar. Der war... Ah. Der kommt wieder, Achtung. Mann, hau doch mal die fackte Wichs-Palette um, ey. Boah, geht der mir auf den Sack. Ja, aber auch so richtig haut, ne? Ja. Das Match ist einfach endlos auf die Art und Weise. Es ist unglaublich. Mhm. Und vor allem die Generatoren, das dauert so Ewigkeiten, die zu machen. Ja. Mann, verpiss dich, du blödes Mistvieh, ey. Ich komm mal zu dir, Mörchen. Ja, mach das. Ich liege gleich. Ja, da ist wieder die Palette, die gar nicht existiert. Pass auf, dass du nicht zum Keller rennst, ne? Ah! Scheiße. Alter, das war gerade die perfekte 360-Grad-Drehung, aber ich hab's halt verkackt. Hä? 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 Wo ist der? Das ist ein ganz komischer... Ich... Ich weiß nicht, ob der irgendwie... Hä? Der war gerade auf einmal weg? Oh. Upsa. Boah, der geht mir so richtig auf den Keks. Der Typ ist Krebs im Endstadium. Vor allem macht der halt Endlos-Spiel so, ne? Ja. Dass der, dass der, ähm... Ich will jetzt einfach nur noch an den Scheißhaken gehängt werden und gut ist. Sani, wie sieht's bei dir aus? Also von mir ist er weg. Dann komm ich mal zu dir. Ja? Ja, ich mach den Generator gleich da weiter, den du angefangen hast. Muss mich auch noch beruhigen. Der ist auch nicht überladen. Okay, das ist gut. Jetzt krieg ich Herzschlag. Ich weiß aber nicht, ob der auch echt ist oder ob ich mir das einbilde. Ne, der ist echt. Ne, der ist echt. Scheiße. Der hat in die Luft geschlagen, der Assi. Ich komm gleich zu dir. Du bist verfolgt wie nie, oder? Äh, nicht mehr. Oh, ich sollte mich vielleicht noch heilen davor, fällt mir grad auf. Scheiße. Sorry, Sani. Er kommt zu dir, Möchen. Er kommt straight auf dich zu. Okay. Ja, ich seh's. So, jetzt hab ich wieder Herzschlag. Und er ist wieder bei mir. Okay, ich komm. So. Hä? Winnie kommt von hinter dir. Okay. Soll ich dich mal... Oh, und dann beam ich halt auch wieder über die Map. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, wirklich. Dann, wenn wir das gar nicht gebrauchen kannst. Okay, der kommt wahrscheinlich gleich her, ne? Wow. Dann noch was war mit Winnie beschäftigt, oder? Ja. Ja, scheiße. Ja, da bleibt sie vor dem Fenster stehen. Da bleibt sie da so stehen. Guckt sich die Welt an. Der kommt her wahrscheinlich, ne? Ja. Von wo kommt er? Scheiße. Ja, der will uns alle ausblüten lassen. Ach, na toll. Jetzt muss ich mich beruhigen. Ist das dein Wichsernst? So. Oh, halt doch mal dein Maul näher, meine Fresse. Komm, Winnie. Ich komm zu dir. So. Ich find mal Hilfe. Ja. Machst du mir ja erst beruhigen. Ja. Ah, da ist er. Als ob der genau weiß, wo ich bin, Junge. Willst du mich verarschen? Sag mal. Ich glaub's ja auch. Als ob. Als ob der exakt weiß, wo ich da rumliege. Ganz ehrlich, ich finde den Doktor um einige schlimmer als Freddy. Ja. Mann, verpiss dich, du hässliche Krücke. Der Doktor, der redet dich auf und sagt, ja? Komm zu mir. Oh. Nein, 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 nein. Weg. Ja, was soll ich denn bitte sonst machen? Achtung. Dann soll er lieber mich hochheben, mir. Alter, du hässliche, elendige. Boah, der macht mich echt. Also, das ist aber auch ein scheiß Spieler, ganz ehrlich. Der macht mich voll aggressiv. Das ist so ein richtiger Huso. Ja, ich weiß halt auch nicht, wohin. Nee. Mann. Ah, jetzt sehe ich die Palette. Ja, ja. Ja, ich kann mich halt auch nicht... Ja, beweg dich halt mal, du kleiner Bastard. Entschuldigung. In meinen letzten Minuten will ich zu dir kommen. Ich bin gerade wirklich auf 180. Ja, ich weiß, was du meinst. Der geht mir so auf den Sack, der Typ. Ich gehe jetzt einfach in den Schrank. Ich bin gleich tot. Da möchte ich dich wenigstens noch sehen. So. Ich bin bei dir. Alter, geht der mir auf den Sack, der Typ? Ja, leck mich doch, Junge. Ernsthaft mal. Jetzt muss ich mir gerade mal die Perks angucken, hier. Boah, soll man die Runde hier rausschneiden? Boah. Erlischendes Licht. Boah. Huch. Tanatophobia. Nurse Calling. Überladen. Krass. So eine Scheiße. Der hat schon 25.000 Blutpunkte, der Sack. Menno. Wie zugucken. Oh, dieses Match endet halt doch echt nie, ne? Ja, das ist... Das ist wie so eine Helene Fischer Konzerte in Endlosschleife. Ja. Für den ist das einfach eine Farming-Runde her. Ja. Und danach wird er noch easy schreiben. Ja, mit dem Doktor, ganz ehrlich, kein Wunder. Da kriege ich auch alle tot. Und dann auch noch mit diesen Vicks-Berks hier überladen. Zum Beispiel. Ach komm. Ich höre jetzt auf. Ja. Keine Lust mehr. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Boah, dieses Match war halt echt Krebs im Endstadium. Ja. So muss das in der Hölle aussehen. Weißt du, da kriegst du dann ein PC mit Death by Daylight und hast dann die ganze Zeit den Typen als Killer. Oh Gott. Aber sag bloß, er sucht jetzt tatsächlich die Luke. Wünschen würde ich's dir. Bis nachher. Ah, der Buck ist echt nervig. Das ärgert mich. Ich will zugucken. Sei froh, dass du dir das Elend ersparst. Mir tun die Augen weh. Ja, aber vorm Wegrennen-Bildschirm zu sitzen, vor der Punktetafel, meine ich, ist noch langweiliger. Da ist die Luke. Da war die Luke. Und jetzt hängt er dich vor der Luke hin. Boah, was für ein Bastard. Boah, das... Mach Fluchtversuch. Ach so, kannst du nicht mehr, okay. Nee. Boah, das passt aber halt auch richtig zu dem, ne? Ja, ja. Kein Kommentar. Krass. Boah. Mit dem möchte ich mich jetzt auch gar nicht weiter auseinandersetzen mit dem Typen. Nee. Alter. Was ein Wichser. Der hat halt auch teilweise die Survivor überhaupt nicht verfolgt, sondern ist direkt zurück zum Generator geschissen, um daher seinen blöden Überladen-Perk heranzubringen. Hm. Boah, nee, ich gehe direkt raus, bevor ich irgendwas von dem noch sehe, weil dann platzt mir, glaube ich, noch der Arsch. Und dann, 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 dann kommt wieder... Dann, 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 dann kommt wieder... Dann bist du leider gesperrt. Dann bist du leider gesperrt, ja. Dann kommt wieder Rage-Sanni zum Vorschein, du. Und das will ich... Ja, du... Alter. Was, ey. Oh. Dann, vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Endlos-Runde. Ja. Super, super spannend. Boah. 45 Minuten. Ja. Beste Unterhaltung. Oh, hat Löffelchen Glück, dass der das nicht mitmachen muss, ey. Ja, kann nicht. Oh, ich bin... Richtig neidisch auf ihn. Wenigstens haben wir es nicht alleine gespielt. Ach was, dann hätte ich schon längst gerage quittet. Ja, ich glaube, ich auch. Wahrscheinlich. Ich auch, wahrscheinlich. Aber nee, dann hätte ich keine Punkte bekommen, so ein Mixer, ey. Das hätte ich dem nicht gegönnt, glaube ich. Naja. Dann, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich hasse das bei der Leid. Tschüss. Von der Leid. Tschüss. 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 jawohl. Untertitelung des ZDF, 2020